jo leute was geht herzlich willkommen zu einer weiteren folge von wir öffnen weekend league rewards ja meine lieben freunde das neue team woche week ist draußen letzte woche kam noch ein fucking scheiß team raus und diese woche okay ey das raus ronaldo 95 oder wartet 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 ja rush fort noch mal ganz knapp gerettet ich wollte gerade martial sagen aber dann ist mir eingefallen er ist franzose und kein engländer halanovic und mein hassspieler den ich sowieso schon habe hübs alberto aber im titel steht ja garantiert ist 86 plus food champions upgrade wir können heute leider nur 84er ziehen weil mindestens 84 also alles was da drunter ist sowieso schmutz weil wir nur silber 2 gekommen sind es hat mega gut angefangen wirklich sehr sehr gut sogar muss man muss man einfach mal sagen aber irgendwann kamen dann die schmutz gegner besser 1000 und dann hast du dir einfach nur gedacht verpisst euch alle mit euren scheiß icons mit euren scheiß ronaldo oder was es da immer war also nicht wörtlich gemeint aber es waren so viele schwitzer unterwegs und irgendwann habe ich dann gesagt ne digga habe ich keinen bock so und heute ziehen wir dann jetzt noch unsere rewards ich weiß auch nicht ob ich diese weekend die spielen werde weil es ist einfach ja es ist einfach wie soll man sagen es ist einfach der größte scheiß den du jemals spielst für deine rewards also gerade die gold 3 schwitzer oder elitische schwitzer die haben einfach ronaldo oder sowas verdient heutzutage bekommen sogar die silber 1 spieler so welche in den arsch geschoben ich nicht weil ich bin der schlechteste von das ist ja klar ne gehen rein 15.000 coins legapack gesendet ist gold pack spielerweite maximal 84 darunter wird dann wahrscheinlich auch ein 74er sein so dass wir eigentlich schon gleich sagen können tschau tschau ok also deswegen 3 2 1 meins das ist krass zwei bundesliga spieler ok dann ja nehmen wir jungs mal mit ne also der hat ja wobei steffen hat eigentlich auch stabile werte antritt sogar 93 was hat jenes von anderen tritt aber ich werde keinen von den spieler wissen ich nehme einfach mal unit mit vom rating her ist ja auch besser so jungen der 92 tripling digga was ist mit dem los den wert habe ich ja jetzt erst gerade gesehen was ist denn mit ihm los 92 tripling dauer das bild scheiß ein bisschen rein 92 tripling alter haben die wir uns doch ein bisschen gegönnt heute und heute gibt es sogar ein bisschen mehr packs vielleicht können wir daraus ein bisschen mehr profit schlagen gar kein bock digga weiß sowieso weiß digga ich bekomme nur 86er raus oder sowas wir haben den walkout david selva oh mein gott spanier sind immer scheiße spanier sind immer scheiße und das war jetzt der direkte wir kriegen maximale 86er spieler momentan du ist als wert höchst wenigstens noch 30k wert oh mein gott ich mach es jetzt ich weiß jetzt schon da kommt überhaupt nichts gutes bei raus und jetzt hoffen wir einfach mal dass jetzt was gutes rauskommt und jetzt hoffen wir einfach mal und jetzt hoffen wir einfach mal bitte bitte gib mir einen fucking guten spieler den man kennt bitte EA gönn ein einziges mal bitte 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 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 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 6 5 6 5 5 6 5 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 10 11 11 11 12 11 12 12 12 15 15 15 15 17 15 15 16 16 Ich bin immer zum Kunde. Egal Leute, ich habe Rushfort gezogen. Das war es mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Achso, wartet mal. Falls ihr mir jetzt nicht glaubt, dass es jetzt alles Fake war und die Reaktion sowieso Fake war oder sowas. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch. Da ist er. Da ist er. Und? Erstbesitzer. Ne? Erstbesitzer, Sunny. Guck mal, ich habe Rushfort gezogen. Ich habe Rushfort gezogen. Meine Süße, ich habe Rushfort. Rushy Rushfort. Sag mal was. Okay, ne, sie will nicht. Ich habe Rushy Rushfort gezogen. Geil, geil. Ja, Leute. Wie gesagt. Ne, Sunny. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ja, wir sehen uns am Morgen schon. Mit einem Stream in die Regen League rein. Ich habe mich nochmal um entschieden. Ich spiele die Regen League doch. Warum? Weiß sowieso was. Nächstes Mal kommt ein besserer. Also. Bis dann. Hut rein. Und ciao.